Was wir gesagt haben, was wir immer wieder gesagt haben, solche Prediger, solche Hassprediger, die nichts drauf haben außer Emotionen und Leute mit Lügen anziehen, raten ihre Anhänger mit uns in Kontakt zu treten und raten sie sie ab, dass sie hier nicht mit uns in Kontakt treten und das haben wir immer gesagt und er hat jetzt selber bestätigt, dass er das immer wieder gesagt hat, dass die Leute sich nicht darum kümmern. Wenn er das begründet, dass sie nicht genug Wissen haben, um mit uns zu debattieren, dann würde ich an eurer Stelle, liebe Sunniten, ihn darauf ansprechen, ja, du hast genug Wissen, du redest doch über die Schiiten, du greifst die Schiiten an und du hast das, was du vor uns hier warnst, dass wir das nicht haben, hast du doch selber. So habt bitte den Mut und geh hin und versuch mal, diese Leute mundtot zu machen. Wir versichern, wir versichern, dass keiner von uns mit ihnen ohne Respekt reden wird, keiner von uns wird ihn verletzen. Er wird die Möglichkeit bekommen, um sein Wort zu sagen. Er wird nicht unterbrochen und ich von mir aus, ich kann auch auf die Hälfte meiner Zeit verzichten, dass er doppelt so viel, wie ich rede und ich höre, sagen wir zweimal zu und antworte ich nur einmal. So, das heißt, wenn ich hier, wenn er 20 Minuten spricht, antworte ich und rede ich nur 10 Minuten. So, ich bin bereit, das einzuhalten.